herzlich willkommen meine lieben freunde da sind wir wieder heute bei der folge castle meiner set 13 wir haben heute samstag die castle meiner woche ups neigt sich langsam den ende zu ich will jetzt mal ein bisschen action haben hier schon wir haben extra ein paar wir werden jetzt mal gucken dass wir irgendwie da wo die hölle ist ich will mal nie die weg nein nein wir machen was ganz anderes habe ich noch was im inventar zweimal holz naja ok so jetzt nee wir gehen jetzt mal nach oben wir brauchen alien gestein da gibt es irgendwie so ein bisschen munition haben wir ja deswegen will ich mal ein bisschen action jetzt hier nach 13 folgen juhu kommt raus hier kommt raus gekrochen so hatte man kommt was da kommt was haben wir dabei kommen wir gehen einfach mal in diese richtung da hinter das tal hinter dem tal vorbei und gucken wir mal ob wir jetzt irgendwie wenn wir noch weiter uns entfernen hallo was war das da jemand auf mich geschossen aber vielleicht irgendwie mal was neues entdecken außer den drachen würde mich mal interessiert so ja ja ufo man kommt ja da kommt da kommt da wo jetzt werden wir schon jetzt hören wir schon irgendwas schreien oder drachen wieder dem kommen wir ja nun überhaupt nicht zu leibe aber der mich trifft bin ich glaube ich sofort tot da 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 aber er trifft mich ja nicht wenn ich in bewegung bin scheinbar ups ist er wieder weg wir gehen mal weiter in die richtung vielleicht spawnen auch die anderen monster erst wenn ich eine stärkere waffe habe ich kenne mich hier noch zu wenig aus also ich habe mich entschlossen doch ab und zu mal hier noch weiter zu spielen weil es macht mir echt spaß guck mal ist das ein natürlicher übergang ja er ist immer noch hinter mir her so kann man natürlich nicht in ruhe arbeiten ihr wisst was ich meine guck mal was das hier für ein ding ist ist ja cool so hier sind wir relativ sicher da sieht auch nicht schlecht aus der drachen sie spawnen im dunkeln das hätte ich mir natürlich denken können das hier irgendwelche monster sind tja also ich hatte mal einen anderen let's play in einem anderen let's play ich glaube das war sogar von dem rote rote lp müsst ihr mal reingucken ist immer ganz lustig so ich mag ja natürlich mag ich auch die sachlichen let's player die wirklich einfach nur das spiel erklären ich mag auch die let's player die halt auch immer so ein bisschen lustig sind sich mal so ein bisschen gehen lassen beim zocken mal nachladen vielleicht oder die wie viel wie viel steht für wie viel okay geile strukturen ja ich sehe es ja ein aber ich will mal was neues entdecken alien gestein ja was ich sagen wollte habe ich in dem let's play gesehen da gab es dann irgendwie alien gestein und das wurde auch von unglaublich starken aliens bewacht da haben schon die steinkugeln gar nicht mehr gereicht wir müssen immer in bewegung bleiben dann trifft uns der drache denke ich auch nicht so hier haben wir sagen sand 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 ist ja teilweise auch ein bisschen spärlich was man hier geboten bekommt dann gehen wir mal nach dahinten der drachen der wird wahrscheinlich nie abhauen wir könnten jetzt natürlich das ganze magazin auf den verballern ist das eine stadt ist das hier eine struktur junge 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 fünf fackeln ist natürlich auch nicht so dolle na sag mal könnten ja mal probieren dem eine zu verpassen wo ist er denn da weiß nicht ob wir den töten können jetzt kommt er hier bestimmt gleich wieder da ist er man hat doch keine anzeige oder fliegt er jetzt weg ne er kommt noch mal wieder jetzt kommt er da gleich wieder oder haut da ab weil ich mich schossen habe jetzt kommt er bestimmt gleich hier raus hallo drachen oh schon oh god er nervt er nervt vielleicht sollten naja vielleicht sollten wir uns mal kupferkugeln machen jetzt kommt er zurück jetzt kommt er sogar niedriger ok ok zombie ok wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, da hm ach ist jetzt scheinbar nacht oder was nein 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 hahahaha ok, das war der Ausflug sehr gut oh, es ist nachts es ist nachts und das war der Ausflug oh, schön bläulich alles hier schön bläulich Gut. Dann sollten wir vielleicht doch lieber wieder runter gehen und mal gucken, dass wir noch ein bisschen mehr Material kriegen. Aua. Um uns mal stärkere Waffen zu craften. Hier ist nicht nach unten. Vielleicht kann man sich ja auch direkt nach unten graben. Hier runter zum Beispiel. Oder warte mal, wir suchen uns mal, wo ist unsere Tür? Wo ist unser Eingang? Hier, wa? Guck mal, hier ist unser Eingang. Dann machen wir das einfach hier. Da graben wir uns einfach runter. Natürlich die Frage, ob wir hier wieder hochkommen. Skelett kommt dann hier reingesprungen, oder was? Schön vom Rand weggeschossen. Und dann können wir uns ja auch wieder hochstecken. Würde ich mal sagen. Wenn es hier Probleme gibt. Okay. Okay. Ein Fäckchen könnte jetzt nicht schaden, sonst seht ihr ja nichts mehr. Ich sehe auch nicht mehr allzu viel. So. Haha. Aha. Juhu. Okay. Runterfallen wäre jetzt blöd. Das will ich nicht. Das ist jetzt wieder so typisch, äh, Castle Miner mäßig, dass hier einfach das aufhört. Ach hier, kann man noch weiter runter? Ah, okay. So, jetzt natürlich die Gro... Ah, guck mal hier. Und hier müssen wir dann im Prinzip wieder hoch. Ich hoffe, dass wir das finden. Ach, wir haben jetzt keine Kohle dabei, nicht zwar. Hm, nam 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 nam. Ist ja auch doof, wa? Aber wir könnten ja... Kohle uns abschlagen. Gibt es hier irgendwo Kohle? Nein, es gibt keine Kohle. Ein bisschen Eisen, okay. Bam. 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 Oh, da kommt schon ein Skelett. Da war doch Kohle eben, oder? Hier ist doch Kohle gewesen. Hab ich das nicht eben gesehen? What's up? Hier ist Kohle, haha. Einmal Kohle, oh Gott, da kann ich ja gerade mal... Na gut. Besser als gar nichts. Ping, ping. Oh, wir haben kein Holz mehr? Wo kriege ich denn hier im Dunkeln? Jetzt soll es ja gar nicht. Müssen wir wieder hoch. Müssen wir erst mal wieder hoch und dann holen wir uns das Zeug, was wir brauchen. Und gehen dann wieder hierher. Weil so ist es jetzt sinnlos, wenn ich hier gar nichts sehe. So. So. Na, wirst du wohl. Na. Nein. Nein. So. Hier hoch, okay. Und jetzt Stacking up. Oh nö, ey. Ich dachte, ich wäre gradlinig runtergegangen. Hm. Okay. So. Oh nö. Dafür brauche ich ja 300 Jahre. Ob es denn jetzt eigentlich nicht noch weiter nach oben gegangen. So. Ah. Oh. Ping. Nach oben wieder. So. Den können wir noch rausnehmen. Und weiter hoch. Ah, der macht immer nur zwei. Okay. Wo machst du jetzt nicht weiter? Nicht, dass ich jetzt hier völlig falsch rauskomme. Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Tja, irgendwie verschwinden die auch manchmal. Skelette. So, hier bin ich hochgekommen, wa? Hier bin ich gekommen. Ah, ich hab ja gar keine Fackeln. Ah, 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 ah. Warte, guck mal. Wenn ich die jetzt abschlage. Könnte ich die hier ganz entspannt Gurgs. So. So, hier müssen wir runter. Komme ich jetzt da noch rein? Jo. Okay, hier müssen wir dann runter. Können wir mal hier noch ein bisschen schicker machen, wa? So, dann würde ich hier mal zumachen. Und hier noch aufmachen. Dass wir das sehen. So, das war's dann erstmal. Hahaha. Zu doof. Zu doof. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Hier haben wir Stickies ohne Ende. Und Kohle. Dann machen wir uns jetzt mal ein bisschen Kohle, äh, Fackeln. Ja, okay. 64 Fackeln. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann machen wir uns. Was nehmen wir hier? Wir nehmen mal alles raus hier. und gucken mal, ob wir uns da irgendwas Cooles draus bauen können. Dann könnten wir uns ja jetzt bauen. Dann könnten wir uns ja jetzt bauen. Dann gucken wir mal, ach, hier, guck mal, jetzt können wir, äh, Steinkugeln wieder machen. 800 Steinkugeln, wow. Wenn wir uns jetzt noch ein Messing-Gehäuse machen. Hier, zack. Ah, okay. Warum kannst du die denn hier, wir haben doch hier, ach, Eisenkugeln haben wir schon, wow. Können wir einen dann nicht reinladen, wa? Was brauchen die denn? Munition für Goldwaffen. Ah, okay. Haben wir denn genug Gold hier, um Gold, um eine Goldwaffe? Komm, wir machen mal noch mehr Gold hier. Können wir mal gucken, ob wir eine Goldwaffe craften können. So, was gibt's hier? Ah, Laserpistole will ich nicht. Hier, guck mal, ein Maschinen, leichtes Maschinengewehr. Leichtes Goldmaschinengewehr. Können wir nicht craften, weil... Ah, okay, weil wir kein Eisen haben, ja? Du, nichts leichter als das hier. So. Komm, wir machen uns noch Kupfer, Kupfer, hier. So, jetzt haben wir noch schön Kupfer. Und jetzt können wir uns eigentlich alle Waffen machen, die wir wollen, scheinbar, oder? Leichtes Maschinengewehr, benutzt Eisenkugeln. Ach so, leichtes Goldmaschinengewehr. Benutzt Kugeln. Können wir das mal nehmen? Aber wir haben jetzt 800. Ne, komm, dann nehmen wir mal. Was ist denn das hier überhaupt für eins? Ne, nicht, nicht den Stapel. Hier, das hier. Maschinenpistole, benutzt Kugeln. Okay, Maschinenpistole. Können wir noch mehr Eisenkugeln machen? Wie viel Eisen haben wir denn? Lass uns doch mal noch Eisenkugeln machen. Kugeln für gewöhnliche Waffen. Eisenkugeln. Ah, okay, jetzt haben wir 200 Eisenkugeln. Kugeln. Aha, guck mal, jetzt gibt es hier ein Stromgewehr. Benutzt Kugeln. Benutzt Eisenkugeln. Na los, Craft the Mines. sehr schön und dann will ich noch Eisenkugeln haben oder ne warte mal ich brauche wahrscheinlich hier ein Ei guck mal hier wird zum Eisengehäuse 800 wow und dann machen wir jetzt noch Eisenkugeln oder ich sag nicht wir können jetzt keine Eisenkugeln mehr machen wenn sie nach unten gerutscht sind können wir sie garantiert nicht machen Eisenkugeln da fehlt uns haben wir doch gerade gecraftet warte mal jetzt fährt er da hin oder Messinggehäuse brauchen wir dafür für Eisenkugeln habe ich gleich 4400 gemacht ein Wahnsinn so und jetzt können wir aber Eisenkugeln machen oder so Kugeln Eisenkugeln das war es sehr schön gut dann nehmen wir mal das reicht mir jetzt erstmal gehen wir jetzt erstmal zurück äh oh zwei Maschinengewehre haben wir sogar dann nehmen wir ein Maschinengewehr mit eins lassen wir hier dann haben wir hier keine Ahnung was mal gucken was ist das hier also das sind Eisenkugeln okay und ein Maschinengewehr haben wir auch dann nehmen wir noch die Steinkugeln mit genau die normalen Kugeln und den ganzen Rest lassen wir hier außer die brauchen wir eigentlich zum Stacken ach Quatsch die lassen wir hier brauchen wir nicht so und dann gucken wir mal wir haben jetzt 600 Eisenkugeln dann nehmen wir die Axt brauchen wir da unten nicht dann nehmen wir das noch mit dann den Rest lassen wir hier bam 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 die Goldspitzhacke und das könnten wir noch mitnehmen und das lassen wir hier juhu mal gucken mal testen okay weiter geht's jetzt haben wir auch genug Fackeln haha aber was wir da in der Tiefe erleben das erfahrt ihr dann morgen in der vorläufig letzten tagtäglichen Kase meiner Folge äh wir werden mal kurz unser Maschinengewehr testen wo ist er denn wo ist er denn das hasse ich 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 dass der hinter mir ist oder keine Ahnung der ist ja über mir oder was auch immer aber danke unserer super cleveren Markierung okay meine lieben Freunde bis morgen wir sehen uns dann morgen und dann gehen wir da runter haha tschüss danke fürs Zuschauen wieder mal lasst ein Abo da Daumen hoch Kommentare schreiben und so weiter oder auch nicht wie ihr wollt tschüss